Es ist dem Feind gelungen, die Front in Waldaffarmation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Mahlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie, dass Sie sagen, Sie sein Befehl sollen ersetzen? Das bin ich derart mit den Augen! Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... nicht als Feindlinge, verreichend Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmolcht, das deutschen Volk! Sie ist ohne Ehre! Die Generalität ist doch nicht ein wenig. Die Generalität ist doch nicht ein wenig. Anyway, why don't you two get going? I'm gonna try and find some more coal. Maybe a few suppliers. Got those, EBC Survivors? Alright. The German said something about a diary in this museum. Said to be the main source of this museum. In here we'll go check it out. Alright. You two keep yourself safe. Alright? You better. Und. Thank you. For everything you did. Thank you.